Herzlich Willkommen zum Abendgebet aus der Gemeinde Nordenham. Wir hören aus dem Lied 287 unseres Gesangbuches die erste Strophe. Herr, der du mir das Leben bis diesen Tag gegeben, dich bete ich kindlich an. Ich bin viel zu geringe der Treu, die ich besinge und die du heut an mir getan. Liebe Schwester, lieber Bruder, wie sehe ich Gott? Wer und was ist Gott für mich? Wie sieht es mit meinem Verhältnis zu ihm aus? Manchmal ist er Teil einer beruhigenden Antwort auf die Frage, was nach meinem Ableben auf Erden kommt. Manchmal ist er eine gute Begründung für alles, was ich nicht verstehen kann. Manchmal ist er mein Schöpfer. Manchmal einfach nur mein Vater. Manchmal mein Erretter. Manchmal mein bester Freund. Manchmal meine Kraft zum Glauben. Manchmal meine Kraft zu leben. Ich glaube, dass es noch Millionen weitere Antworten geben könnte, die ein Mensch allein nicht aufzählen könnte. Keine dieser Antworten wäre falsch. Ich glaube aber, dass nur eine Antwort allein nicht ausreichend ist. Wenn ich zu diesem Gott bete, begib ich mich jedes Mal wieder neu auf die Suche nach einer aktuellen Antwort. Erstaunlich ist, dass die Antworten manchmal die gleichen sind und dass sie sich auch ändern. Aber ändert sich Gott? Oder ändere ich Gott? Wie wunderbar Gott auf verschiedene Lebenssituationen eingeht, zeigt sich in jeder Feier des Gottesdienstes. In einer Gemeinde kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Situationen zusammen. Im Gottesdienst wird Gott für jeden Einzelnen der Gottesdienstgemeinschaft erlebbar, obwohl er sich an die Gottesdienstgemeinde richtet. Gott, der Unwandelbare, berührt somit das Individuum im Kollektiv. Es bleibt sein Geheimnis, wie er das schafft. Uns bleibt das Staunen. Ich hoffe, dass ich immer genügend Gründe haben werde, diesen Gott anzubeten. Dann werde ich feststellen, dass Gott mal größer ist als das ganze Universum und mal kleiner als ein Staubkorn. Das wird mich manchmal verwirren und manchmal in den siebten Himmel heben. Erst am Ende wird Gott alles in allem sein und ich keine Fragen mehr haben. Bis dahin werde ich beten und auf ihn warten. Lasst uns beten. Großer Gott, das Universum wäre zu klein, um dich erfassen zu können und zugleich bist du in jeder kleinsten Zelle deiner Lebewesen zu finden. Herr Jesus, du bist der einzige Mensch, der würdig war, sich als Opferlamm der Welt preiszugeben. Du bist so unendlich heilig und dennoch willst du für uns ein Bruder sein. Wie eine beste Freundin oder ein besser Freund stehst du an unserer Seite. Heiliger Geist, du bist gewesen vor allem Anbeginn der Welt. Du gibst die Kraft, die treuen Glauben, bedingungslose Liebe und nicht endende Hoffnung schafft. Deine Gaben sind so erhaben und du schenkst sie uns schuldbeladenen Sündern. Wir danken dir, dass wir an dich glauben dürfen, dass du dich einem jeden von uns erlebbar machst und dass wir mit dir alles haben dürfen, was wir brauchen. Schenke uns bitte weiterhin diese Gnade. Begegne uns, wenn wir zu dir beten. Weiche in allen Lebenssituationen nicht von unserer Seite und führe uns bald wieder zusammen in die Gottesdienste. Wir beten für alle Menschen, die an dich glauben. Segne ihre Gaben, mit denen du sie ausgerüstet hast. Sei mit denen, die im Glauben ganz alleine stehen. Stärke und bewahre ihr Glaubensleben ganz besonders. Wir warten auf das Kommen unseres Erlösers, unseres Bräutigams. Vater, verkürze diese Zeit. Wir bitten dich, erhöre uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir eine gesegnete Nacht.